Mordor und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Plays of Legends mit dabei heute ist The Capone HD. Ja hallo. Tja. Hallo. Ja hallo. Und da ist schon wieder ein Clan-Woo. Guck mal. Oh mein Gott. Ja egal. Ich sehe da ein 2 Clan-Woo also da zerpassen wir die. Ja. Mach wir auch Line-Up. Ja. Ich habe nur einen Eisenhelm bekommen. Geben wir den Vulkan oder wo lang? Ja ja. Aber es wird sowieso jeder geben wenn er Clan-Woo ist. Wie gar keiner geht. Außer so ein Dobi. Ja er boostet dich. Okay der Heine ist schon gestorben von der Line-Up. Läuft. Du hast ein Schwert. Du hast ein Schwert. Komm fixe. LOL. Der hintet sich fast mit der Hand tot. So stopp. Du hast ein Schwert. Wo bist du? Du hast kein Schwert. Am Schaden. Am Schaden. Ja. Bitte. Wird sich vielleicht kurz vorstellen während wir hier uns ein bisschen so ausisten. Ja. Also ich heiße Mario in real life. Ich habe meinen Kanal jetzt seit gut einem halben Jahr sag ich mal. Ich weiß nicht ganz genau wenn ich angefangen habe. Ich glaube am August oder so. Ich habe jetzt 300 Abonnenten erreicht. Bald. Also ja. Ich habe jetzt 290 glaube ich. Und hier weiter bei meinen 300 Abonnenten habe ich meinen Dexterback verlinkt. Äh verlinkt ihn ja. Ja verlinkt ihn. Hast du eine Waffe schon? Ja. Holzschwert. Und ja. Bin 18 Jahre alt habe ich das schon gesagt. Ich weiß nicht. Kann sein. Ja hast du das schon gesagt glaube ich. Kannst du dir auch mal vorstellen. Ähm. Jo. Ich bin der Zuckerplaner von YouTube. Ich habe momentan 1.100 Abos. Bin 14 Jahre alt. Und ja. Mach YouTube schon fast seit einem Jahr. Und am meisten bringe ich auf meinem Kanal PvP. Hab früher auch mehrere Projekte gebracht. Hab ich aber alle nach einer Zeit abgebrochen. Weil. Ich habe zwar Bock auf Projekte. Aber irgendwie finde ich dieses. Uploaden. Weil wenn man nicht uploadet dann. Achso ist er? Ne. Achso hast du ihn bekommen. Ähm. Der war gut oder? Die haben nicht so viele Punkte gegeben. Aber ja. Der war gut. Der hat mir was gegeben. Ja vielleicht. Ähm. Spielt der noch nicht so lange auf dem Account oder so. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Ähm. Mach ich. Ähm. Finde ich dies nicht gut. Dass man wenn man nicht uploadet. Es gibt ja eine Aufnahmepflicht. Wenn man nicht. 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 Zucht lädt. Dann ist es so. Ähm. Dann hängt man den anderen zu weit zurück. Und wenn man. Äh. Was aufnimmt. Muss man es hochladen. Und sowas. Mag ich nicht so gerne. Ja. Deswegen. Hab ich mich dann auch schon dazu entschlossen. Äh. Vom Kanal nur noch PvP zu bringen. Oder. Hauptsächlich von PvP. Zeugs. Oder Minigames oder so. Und ja. Gut. Und daher bin. Jetzt bin ich auch in einen Survival Games gegangen gekommen. Und in dem ist es auch kaputt. Ja und so haben wir uns kennengelernt. Genau. Ich kann Eisenschwert machen. Ähm. Ja nice. Ich hab einen Bogen. Weil du Pfeil hast. Ähm. Ne. Ich hab nur eine Angel. Ich brauch auch eine Angel. Einen Eisenhelm für dich. Ah. Nice. Ich bin grad beim Lava Jumpman. Ja. Mach das kurz. Warst du schon oben? Also im Vulkan drin? Ja da war ich auch schon. Ah. Nice. So. Und ja. Und. Gute Staff. Äh. Ja schon eigentlich. Also. Dicks sind zwei sind bang. Nice. Ähm. Gut. Ähm. Hast du irgendwelche Projekte vor nächster Zeit eigentlich? Ich weiß nicht. Oder nicht. Also. Ja halt. Genau. Ich fang Hardcore Games an. Ja. Hardcore Games also. Du wolltest Hardcore Games anfangen zu spielen. Ja. Nope. Oh. Schön. Schön abgestoppt hier. Egal. Genau. Oh nice. So. Und ja. Mal und. Nur Survival Games finde ich ist bisschen langweilig. Ja schon. Und ich suche auch nach guten Spiele weil. Guten Spiele. Du weißt was ich meine. Gute Spiele. Ja. Ähm. Weil. Ist das. Bist du das dann? Nee. Nee. Oder? Nee. Ich bin hinter dir. Nee. Ich bin hinter dir. Okay. Hab mich schon gewundert wie du da schnell hinbekommen wärst. Ja. Und ja. Aber es müssen eben Spiele sein die mir Spaß bringen. Boah. Das ist. Ja. Ich bin einigermaßen gut bin. Boah. Das ist ein. Auch ein Team. Ja. Zweier Team. Gehen wir erstmal auf das Team. Das kann ich nicht boosen. Ich muss schnell essen. Oh. Die sind irgendwie. Keine Ahnung. Lauf mal weg. Falls du ein Low bist Ohne Angst ist das ein bisschen blöd Auf Kapon Nicht sterben Schreib schon nicht Siehst du, die waren Low Hinter uns ist noch einer, wollte ich nur gesagt haben Boah, ich werde ihn mal zurückgepackt Schaffst du den? Ähm, nein, ich bin tot Nein! Du musst schon was sagen Tut mir leid Lol, ich sterbe auch Boah, der ist gut Ja Ich habe den zweimal aber gehittet also Nicht so oft Ich war ihm noch Low von den Nein, verbiss dich Hm Musst du was? Dann muss ich dir das nächste Mal die Angel geben Hm Ja, ohne Angel ist es blöd, wenn jemand andere die Angel hat Ja Ok, ich spektate dich nochmal Ok Mal ausrüsten Ok, jetzt habe ich einen Dieben glaube ich Hast du mein Zeug? Ne, der kann sich einen alten Schild machen Egal Der hat, ah, der hat keinen Nein, der andere hat einen Nein, ich spürt Ich habe einen Dia Der Typ wird übrigens vom Team verfolgt Da muss ich ihm helfen Da muss ich ihm helfen Oder ist das ein Team? Nein, das ist... Die sind alle drei gegeneinander Bei so einem kleinen Inselvorsprung So, nice Neben dem Schiff Links vorm Schiff also Na ja, ok Ich gehe erstmal spawnen Ja, die sind direkt in der Nähe vom Spawn eigentlich und die kämpfen gerade alle gegeneinander für vorm mäßig Und ich mache mich schon Die sind alle Team, die Flo, die kannst du alle zusammen eigentlich killen Wo, wo, wo? Genau, wo ist das? Ähm, warte, ich guck kurz Und dir aus Ich flieg kurz Im Land Ähm Ähm Siehst du den Wasserfall neben dir? Da, der da? Der da? Ne, nicht der Ähm An dem Berg dran Der? Der? Genau, und dann der Eingang einfach vor dir da Ok Und da bei einer Brücke sind die ganzen Und kämpfen da gerade im Wasser, wenn ich mich Erinnere Da, oder? Guck mal wo die sind, warte Ähm Oh, Deathmatch Ist es einer eh tot? Ja, die sind auf der fetten Insel da drüben gewesen am Strand und kämpfen da noch In der, ähm, Oase, da in der Höhle davon Ja Die kämpfen dir gerade Oh, wo du bist Egal, ich sehe Deathmatch Das solltest du aber locker gewinnen können Mr.Espadee und äh, dieser Player sind aber, kämpfen die ganze Zeit noch Und deswegen einigermaßen low Naja War ja schon kloppen, hoffe ich mal Der anbarmt hat auch nicht so gutes Zeug, also das kannst du eigentlich locker gewinnen Ja Hoffe ich mal Ja Aber der hat mir auch, äh, bisschen sehr gegeben Also ich hatte, glaub ich, nur noch zwei Rätzen oder so Was? So ein Typen namens Makima schreibt die ganze Zeit, dass dieser Player 1661 Berlin Die ganze Zeit, ähm, Huzuni Crit Hack schreibt Die ganze Zeit nur Huzuni Crit Hack Und dann gleich Ich hab irgendwie... Direkt auf dich drauf Ja, ich glaub die machen Team Sicher? Ja Ja, er hat halt geschrieben irgendwie Ei, bla 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 Er hat verschrieben Er will Demon Ich kann ihn nicht hitten Ich kann ihn nicht hitten Ich bin in den drinnen und kann ihn nicht hitten LOL Das ist meine Connection Komm Sowas hasse ich Ich versuch die Pfeile zu blocken, aber das funktioniert ja nur manchmal Mit Ja, er leckt Ich wette, dass die da, äh, irgendwas da Direkt drauf gehen wird auf den, auf den Gewinner von euch beiden Ich hab ja nur auf mich geht Spaß Nein, die gehen aufeinander Ja, ich weiß Du kannst kurz regenerieren Dann abgestauen Der eine hat, der eine hat bekommen Du kannst drauf gehen Warte, ich hol mir schnell den Stuff Ich... Ich rüß dich mal ab Ich glaub der Hack, weil der hat Mit dem Holzschwert grad zwei nacheinander gekillt vorhin Auch die den Player LOL, tschschsch Mal ein bisschen abgestauen, aber YOLO Egal Ich konnte ihn irgendwie nicht hitten Okay Nehmen wir nochmal für mich gleich eine Runde auf Ja, klar Eventuell Ja Also schaut bei ihm vorbei, da seht ihr noch eine Runde mit mir Ähm, Kanal ist natürlich in der Videobeschreibung Und mein Like würde ich mich natürlich freuen Und man sieht sich das nächste Mal Tschau Leute Tschüss 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 Tschüss